Finde in diesem Video heraus, welcher Eiskratzer der beste ist und worauf es ankommt. Alle Links zu den Produkten findest du in der Videobeschreibung. Der PETA-Eiskratzer Das vorgestellte Werkzeug vereint die Funktion eines Eiskratzers mit denen einer Schneebürste und ist somit praktischer Helfer für die winterliche Autopflege. Dank seines Teleskopstiels lässt es sich auf eine Länge von 86 bis 132 cm einstellen, was den Zugang zu schwer erreichbaren Stellen wie großen Frontscheiben erleichtert. Die Verstellung des Stiels funktioniert dabei ganz bequem über den Drehknopf am Stangenende. Auf der einen Seite des Stiels befindet sich ein praktischer Besen mit einer Gummilippe, während das gegenüberliegende Ende mit einem stabilen Eiskratzer aus Polycarbonat ausgestattet ist. Jedoch ist dieser Eiskratzer aufgrund seiner Ausmaße nicht für jeden PKW gleich gut geeignet. Vor allem in kleineren Fahrzeugen könnte die Unterbringung schwierig werden. Ideal ist dieses Multitool hingegen für größere Fahrzeuge wie Lieferwagen und Wohnmobile, deren Frontscheiben aufgrund der Höhe und Größe oft schwer zu reinigen sind. Der Nigrin-Eiskratzer Mit einer Länge von 60 cm ermöglicht dieser Eiskratzer eine erweiterte Reichweite beim Entfernen von Eis, was vor allem an kalten und frostigen Tagen von Vorteil ist. Das Gerät ist so konzipiert, dass es am einen Ende mit einem Eisschaber ausgestattet ist, dessen Schabfläche effizientes Abkratzen von Eis erlaubt. Am gegenüberliegenden Ende ist ein Schneebesen angebracht, der leicht den Schnee von sowohl Glas als auch Lackflächen fegt. Ein rutschfester Griff in der Mitte des Geräts, der aus weichem und griffigem Material gefertigt ist, sorgt für zusätzliche Sicherheit und Komfort während der Benutzung. Neben dieser Version gibt es das Produkt auch in anderen Varianten, die für unterschiedliche Kundenbedürfnisse geeignet sind. So gibt es zum Beispiel eine Version des Eiskratzers mit einem integrierten Handschuh für diejenigen, die auf den Komfort des rutschfesten Griffes verzichten möchten. Für jene, die eine größere Reichweite benötigen, steht ein Teleskop-Eiskratzer zur Verfügung, der von 58 auf 91 cm ausgefahren werden kann, um auch entfernte Stellen leichter zu erreichen. Der Kungs-Mid-Is Der Mid-Is ist ein handlicher Eiskratzer, der aus nachhaltigen Materialien gefertigt ist, wobei sowohl der Griff als auch der Schaber aus recyceltem Kunststoff bestehen. Das verwendete Polycarbonat für den Schaber zeugt von einer umweltbewussten Produktion. Mit einer Gesamtlänge von 25 cm und einer 10 cm breiten Schaberkante ist dieses Werkzeug gut dimensioniert für seine Aufgabe. Eine besondere Eigenschaft dieses Modells ist die mit einer Kerbe versehene Schaberklinge, die speziell für die Reinigung der Scheibenwischblätter entwickelt wurde, um deren Lebensdauer zu verlängern und für klare Sicht zu sorgen. Der Eiskratzer überzeugt durch seine gute Handlichkeit und eine Kratzscheibe mit drei effektiven Kanten, die zur weiteren Anpassung an unterschiedliche Eisverhältnisse herausgenommen werden kann. Stolz präsentiert der Hersteller, dass das Modell in Finnland hergestellt wird und in zwei Farbvarianten erhältlich ist, was den Benutzern eine Wahlmöglichkeit bietet. Wir hoffen, dass wir euch helfen konnten, eine Kaufentscheidung zu treffen. Alle Produkte sind in der Videobeschreibung verlinkt.